Come on, Jessica! Ich bin nicht Jessica, mein Name ist Kamul. Bist du ein Mill oder ein Kerl? Ich bin Axel. Axel Brody. Axel Foley. Echt? Axel Brody? Ja. Zack! Das war weggemacht, Axel! Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Aktiviere den Effekt und setze deine ATK auf 0. Aktiviere den Effekt vom Baumotter. Mich verbanne ich jetzt ins Reich der Schatten und du kannst... Nein, das ist eine Unterrichtsstunde. Nein, 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 nein. Nein! Und so habe ich mal wieder den Tag gerettet. So! Mein gesamtes Deck brennt. Bei dir ist Feuer? Ja. Bei mir ist das, was Feuer eigentlich dann countert. Wasser? Nein, andersrum. Wasser? Ja. Okay, ich lege eine Karte verdeckt. Lege eine Fallenkarte. Und beende meinen Zug. Du bist dran, Axel! Ich setze... Das da. Du bist dran. Ach, jetzt steigst du. Ich decke mein soeben gesetztes Monster auf. Vampir Lady! Und spiele übermächtiges Auge. Somit kann Vampir Lady dich direkt angreifen. Da gehe ich in die Battle Phase. Natürlich. Zugestochen! Saug ihn aus! Damit aktiviert sich der Effekt. Ach so. Ich wähle Zauberkarte. Oh, nee. Du musst jetzt eine Zauberkarte aus deinem Deck auf dem Friedhof legen. Ach komm, dann nimm den Topf der Gegensätzlichkeit. Sehr gut. So, dann gehe ich in die zweite Mainphase. Denn das war noch nicht alle. Ich opfere Vampir Lady und berühre Vampir Lord! Für die Karte habe ich mal 50 Euro ausgegeben. Als Kind. Echt jetzt? Ja. Hast du einen Kaffee da? Nein. Hast du Wasser da? Nein. Einen Tee? Nein. Ich habe nichts zu trinken hier. Ach man. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen. Ja, dann warte. Ich hole mir kurz einen Kaffee. Okay. Be right back. Da geht der einfach weg. Wir haben ein Schattenduell. Du kannst eigentlich gar nicht den Schatten verlassen. Hallo? Oder ist die Kaffeemaschine noch im Schatten? Ich denke nicht. Ich spiele jetzt einfach. Der bekommt gar nichts mit. Nice. Das ist meine neue Taktik. Ach komm, ich setze aber den da. Das ist sie da schon nicht. So. Der Schattenkaffee ist fertig. Ach. Was wolltest du noch gleich? Ich wollte dir eine Geschichte erzählen. Gerne, gerne. Also. Ich war irgendwie 8 oder 10. Ich glaube, ich war 10, 11, 12. So die Richtung. So die Ecke. Dann bin ich mit meiner Mutter und ihrem Freund in so einer Autobahn. Auto. Auto. Auto, ja. Auto, äh, äh, Messer gegangen. Ach so. Und da waren überall so Kisten, wo man was reinwerfen konnte. Und da waren dann überall so Zettel. Da konntest du Namen draufschreiben. Hast du gewonnen. Und dann war das eine Lotterie. Glücksspiel ist ab 18. Ja, aber ich war klug. Ich habe dann 100 oder 200 unterschrieben und überall verteilt reingeworfen. Am Ende wurde ich dann drei oder vier Mal vorgelesen. Und da haben sie natürlich gemeint, ups, der hat bedrohen. Aber weil ich so jung war und dann oben auf der Bühne stand, haben alle gesagt, ja, gib dem doch das. Und dann habe ich ein Autoradio bekommen, das für 50 Euro verkauft, viel zu günstig. Und mir davon dann den Vampire Lord gekauft. Ernsthaft? Ja. Wir hatten so einen Laden. Wir hatten den richtigen Yu-Gi-Oh! Laden hier, wo immer tausende Kinder morgens am Wochenende hingerannt sind, um Yu-Gi-Oh! zu spielen. Also, wenn ich jetzt hier auf Card-Market gehe, ne? Ja. Dann ist die Karte 0,02 Euro wert. Auch damals? Wahrscheinlich, oder? Zwei Cent. Alter! Du bist dran. Ah ja, wir spielen ja noch. So bin ich. Heilige Scheiße! Als erstes beschwöre ich Vampir-Baby! Oh, Ii. Was ist das denn? Ja, das bist du hinter deiner Maske. Wenn das wie, ne Monster zerstört, kommt das auf meine Seite? Ja, klar! So, und jetzt testen wir mal die Stärke deiner Monster. Oh, nee. Wir gehen in die Battle-Phase. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, muh und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Wie alt ist die mittlere Karte? Elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ist noch kein langer, langer Satz. Sag mir erst deinen liebsten Schatz. Maximilian. Maximilian hat ins Bett geschissen. Gerade aus Paradekissen. Mutter hat's gesehen und du kannst gehen. Papier-Baby! Also, das ist genau das, was du dir nicht angreifen solltest. Beiß dich rein! Nein! Ja! Au! Verbrannt. Papier-Dorf! Oh, nee, äh. Angriff! Hahaha! Ich aktiviere Feuerwand, Bruder! Was? Was macht es? Dein Angriff wird aufgehoben. Und dann? Wenn ich ein Pyromonster aus meinem Deck verbanne. Und du weißt, was das bedeutet, oder? Nein. Das... Hä? Hä? Was passiert hier? Weiß ich nicht. Warte, warte mal. Ich nehme mal den da. Was auch immer damit passiert, ich weiß es nicht. Verbanne ich den? Oh, nee, ich verbanne ihn jetzt. Nein. Hä? Was ge... Hä? 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 Ich brauche ein Taschentuch. Ich habe mich gerade so hart verschluckt, dass mir sofort Kaffee aus der Nase geschlossen ist. So, also Feuerwand, ja? Ja, ja. Habe ich überhaupt nicht verstanden, weil irgendwie sollte ich eine Pyro-Dingens verbannen. Aber das ist nicht passiert. Ja, ist da egal. Auf jeden Fall. Ich kriege das nicht. Aktiviert sich jetzt der Effekt von Vampir-Baby. Das ist einfach ein Witz. Das ist so ehrenlos, ne? Wie du mir einfach mal Karten klaust. Jetzt hätte ich gern ein schwarzes Loch. So, Endphase. Und jetzt ziehe ich das? Jo, Axel, zeig mir das. Hä? 500 Schaden. Äh. Boah, was ist denn heute los mit meinem Körper, Alter? Ich weiß es nicht. Geiler Körper. Geil. Danke. Ich beschwöre. Vokanische Rakete. Boah, ich habe auch gefurzt. Jetzt stinkt es. Alter, was geht denn bei dir ab? Du kannst ein Monster... Ich finde es so gut. Der Sinn und Zweck dahinter ist ja beim echten Spiel, dass man sich die Karte angucken kann und durchlesen kann. Und hier im Spiel steigen die legit für eine Sekunde die Karte und dann klappen die die wieder um. Und du hast keine Möglichkeit, man. Und man hat keine Möglichkeit, sich die durchzulesen. So dumm! Naja, ich würde sagen, ich bringe mich jetzt einfach mal selber um. Und zwar, das ist die gute alte Vampir-Baby, musst du an glauben. Nein, nicht das... Au! Nicht das Vampir-Baby. Ich aktiviere Glut mit Schleinigohr. Diese Karte, da kann ich jetzt... die du gerade gezogen hast. Ja, ja, genau, genau. Kann ich bitte? Ja. Nee, dann drück da weg, dass ich auch was machen kann. Hab ich? Nein. Doch, du musst ein Monster wählen. Ich kann nichts wählen. Ist dieses Spiel eigentlich komplett geistig ver... Jetzt darf ich das nicht machen, weil ich schon mal angegriffen habe? Ah, vielleicht hast du kein Monster vom Typ Pyro auf der Hand. Doch, hab ich. Hab ich. Sicher? Ich hab ein Typ... Ja, da sind zwei Feuerzeichen. Ey, geh jetzt bloß hier auf den Friedhof, Junge. Danke. Jetzt greif aber nicht mal Monster an, ne? Nö, ich mach dich jetzt komplett nackig. Hör ich das Begriffen! Dadurch kann ich ein Monster aus meinem Deck auf den Friedhof legen. So. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann aktiviere ich meine Fallenkarte, rufe der Gejagten... Und hole mir die Karte aufs Spielfeld! Komm, wohl, Effekt! Dann aktiviere ich doch direkt mal den Effekt von Zombiemeister. Wirf das ab. Als ob! Und beschwöre Vampirlady... Was war... ...in Angrüsposition. Wie hast du das denn gemacht? Naja, aber kannst du ihn nachher holen. Vampirlor, rein ins Gemüse! Warum? Die Karte macht absolut keinen Sinn! Ich wähle Zauberkarten. Aua. So, dann greife ich dich direkt an. Zombiemeister! Karte aktivieren. Ach, jetzt geht's! Einen direkten... Ach so. Das ist ja Hardcounter gegen mein Deck. Egal, Angriff von Vampirlady! Oh, nö. Geil. Dann aktiviert sich der Effekt. Das ist okay. Zauberkarten. Ah, nehmen wir das da. Dann würde ich sagen, beende ich meinen Zug. Du bist geil. Das war ein schöner Zug. Danke, danke. Stehe ich mal... Jetzt geht's! Ja, weil du noch nicht angegriffen hast. Ich aktiviere Glutbeschleuniger und töte Vampirlord. Dann werfe ich das da weg. Oh, ja, der ist ja Futschi Karte, ne? Dann aktiviere ich den Effekt dieser Karte im Friedhof. Was? Und bekomme sie wieder. Was? Ja, schön, ne? Gute Kombo. Danke, danke. Kombi, Kombo. Schleppst du im Chat? Dann aktiviere ich Glutbeschleuniger. Und zerstere noch die andere Karte. Was? Und lasse sie weg. So, dann aktiviere ich den Effekt. Und hole mir einfach nochmal so eine Karte. Äh. Was? Ja. Und dann würde ich sagen, aktiviere ich Glutbeschleuniger. Und werfe jeder weg, diesmal. Hä? Äh, Manuel. Ach so, oh. Ja, was denn? Was? Was ist das für eine Karte? Was ist das für eine Kombo? Sehr cool, oder? Ich beschwöre vulkanische Hülle. Ich habe jetzt einen 100er-Monster. Und greife damit. Ach, geht da nicht. Scheiße. Oh nein, das war dumm. Das habe ich vergessen. Nein! Du kannst keinen Angriff deklarieren wegen Glutbeschleuniger. Ich weiß! Du dummer Junge! Dann ziehe ich jetzt eine Karte. Das war mega dumm. Das war in vielerlei Hinsicht mega dumm. Vampirloch! Ich komme einfach wieder. Es ist so lächerlich. Komm mal zurück auf den Schulhof, Alter. So lächerlich ist das. 50 Euro auf deinen Nacken, Manuel. Dann würde ich sagen, spiele ich. Mann, warum habe ich das getan? Wieder geboren! Ja, klar. Natürlich. Nur weil ich die Ehre nehmen wollte. Verzweiflung aus der Finsternis. So, weil ich ein geiler Typ bin, aktiviere ich nochmal Ruf der Gejagd. Oh Gott. Ja, klar. Warum holst du denn jeden Zug jetzt den Monster? Und hol mir Vampirbaby zurück. Und du weißt, was das heißt. Ne, weiß ich nicht. Ich gehe in die Battlephase. Och ne. Ich greife mit Vampirbaby dein Monster an. Ey, das ist all. Au! Und dann greife ich mit Vampirlorch direkt an. Zugriff! Ich aktiviere den Effekt. Feuerwand. Und verbanne Desta. Okay, okay. Dann kriege ich nichts. Dann greife ich Artenbild. Verzweiflung aus der Finsternis. Dann aktiviere ich den Effekt da. Und verbanne ein Vieh. Dann kriege ich nichts. Und nächste Runde sind all meine Monster wieder tot, ne? Ja. Äh, wie schmeckt das? Ich habe keine Handkarte mehr. Oh, das ist natürlich bitter. Dann bist du. Aber Vampirlord counter dich. Uäh! Slow und steady werde ich dich mit 500 Damage jede Runde wegmachen. Äh, ich habe ein gewaltiges Problem. Das war halt, wie gesagt, einfach nur dumm, diese Karte da gelegt zu haben. Ja? Ja, du bist dran. Ich kann nichts machen. Ja, ich habe hier nichts. Ich habe nur Monster, die irgendwie zwei Tribute kosten. Dann gehe ich in die Battle Phase und schneide hier richtig einen Frontplatz. Na, wie lange hast du noch Monster in deinem Friedhof? Ich aktiviere den Effekt von Feuerwand. Ich weiß nicht. Und werfe den da weg. Dann aktiviere ich... Regeki Brecher! Okay. Äh... Du kannst ihn besiegen durch Kampf. Nein! Durch Kampfschaden kannst du ihn besiegen. Aber immer, wenn er durch einen Karteneffekt zerstört wurde, zum Beispiel durch Regeki Brecher, kommt er wieder. Bist du ein Trottel. Ich werfe den da weg. Ja, dann zerstöre ich die jetzt einfach. Die kann ja nicht wiederkommen. Genau. Dafür hast du lang gebraucht. Nein, ich dachte nur gerade, was könnte ich denn noch zerstören von dir? Aber es macht da keinen Sinn. Baby Vampir. Vampir Baby meine ich. Angriff! Das ist doch nicht wahr. Na, hast du Monster gezogen? Oh mein Gott. Nein, habe ich nicht. Achso. Danke. Mein Zug. Ich habe eine Karte doppelt gezogen. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich opfere vulkanischer Streuschuss und Vampir Baby und beschwöre Vampir Verführerin! Hä? Au! Oh, hä? Hoppala. Jetzt gehen wir in die Angriffsstraße und hauen ihr ein paar aufs Maul. Vampirlord, Zugriff! Ja gut, dann aktiviere ich den Effekt von Feuerbund. Ja, werft dann das da in den Müll. Angriff! Und dann aktiviere ich den Effekt. Alter. Egal, irgendwann habe ich ihn. Werft das da. So, ich beende meinen Zug. Toll. Was ich hier ziehe, kannst du keinem erzählen. Ich habe immer auch kein Monster. Ich bin aber down. Du bist dran. Ich beschwöre Vampirzauberer. Und ich aktiviere... Rageki Brecher! Alter. Werfe Feuerwand weg und zerstöre dein Drecksvieh. Egal, dafür wirst du zahlen. Vampirzauberer! Eingriff! So, der hat er genommen. Vampirlord! Eingriff! Heute nicht, denn ich aktiviere. Überraschenderweise. Feuerwand! Und verbanne den da. Lecker schmecker. Alter, wie viele Kreaturen hast du denn im Video? Gar keine mehr. Das war's. Gar keine mehr. Jetzt hab ich's. Äh, wohl. Ja, ich setz den. Und du bist dran. Okay, dann beschwöre ich Vampirzauberer. Du greifst dich an mit Vampirlord. Raus, da. Äh, ja, ich aktiviere den Effekt. Oh, shit. Vampirzauberer! Voll in die Argusröre rein! Äh. Alter. Ah! Hahaha! Doch mal! Kloch, Digger! Ah! Ah! So! Damit beende ich mein Sock! Ah, der ist hier ja. Ach, Mann, ist der süß. Das will ich. Ich hab ihn nicht crazy. Äh. Ich aktiviere Grootbeschleuniger. Küss. Dann aktiviere ich doch direkt mal den Effekt vom Vampirzauberer. 209, um besseren. Komm, go. Vampirkönigreich, das klingt gut. Dann, äh, ja, bist du dran. Ich zieh eine Karte. Ja, ja, ja. Ich aktiviere meine Zauberkarte, die ich soeben gezogen habe. Ja? Vampirkönigreich! Das ist schön. Meine Vampire erhalten nun immer in der Kampfphase 500 ATK. Einmal pro Spielzug, wenn Karten vom Deck deines Gegners auf den Friedhof gelegt werden, wähle eine Karte auf dem Spielfeld. Lege ein Finstern des Vampirmonster von deiner Hand oder dein Deck auf den Friedhof. Und falls du dies tust, zerstöre das gewährte Ziel. Rall ich nicht, aber ich greife jetzt an. Vampirlord! Ich aktiviere Feuerwand und verbanne das da. Vampirzauberer, gib ihm! Äh, 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 ach, Schansbrech... Oh! So, zieh ich mal vielleicht irgendwas Gutes? Oder gibt's das hier neben dem Deck? Feuerwand. Ach so. Tschüss. Ah, okay, ich hatte nicht die Wahl. Oh Gott. Ich aktiviere den Effekt und lösche noch den da, damit du noch mal ne Karte bekommst und werf den weg. Geil. Danke. Aber... Ich aktiviere den Effekt vom Papirzauber. Und hole mir Vampire Genesis. Es ist alles egal. Es ist alles egal. Im nächsten Spielzug bin ich so oder so tot. Und ich werde mich nicht vom Vampire Lord besiegen lassen. Aber warte, warte. Gib mir auf jeden Fall noch einen Zug, bitte. Warum? Das ist die Keykarte von meinem Deck. Die ist mega bekannt. Ich kenne die sogar vom Bild. Die ist mega krass. Und die kann ich in der nächsten Runde spielen. Erinnerst du dich an unser letztes... Nee, vorletztes Duell bei mir? Nee. Wo ich eine schöne Kombo spielen wollte. Du aber einfach alles getan hast, um das zu verhindern. Komm, Kaiba. Noch einen Zug, ja? Damit ich noch einen Slifer-Eimer sehe. Bitte. Mein letzter Wunsch. Mach dich weg. Mein letzter Wunsch. Mein letzter Wunsch. Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ach so. Ich gehe aber in Schattenreich. Nein. So ist das also, wenn man in Schattenreich geht. Habe ich mal wieder gewonnen. Habe ich mal wieder. Habe ich mal wieder. The rest. Versuche ich mal wieder. Das Radiuszische. Heile im Ging-Järchen. Das Radiuszische.